Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in eurem Kalender von LibreOfficeCype die Feiertage ebenfalls farblich markieren könnt. Ich habe bereits ein Tutorial erstellt, wo ich zeige, wie man den Kalender erstellen kann. Der Link wird oben jetzt auch angezeigt. Und da habe ich auch gezeigt, wie das mit der Markierung am Wochenende mit der bedingten Formatierung funktioniert. Aber hier in diesem Tutorial geht es um die farbliche Markierung der Feiertage. Und ich benutze den Kalender aus dem Tutorial, den ihr natürlich auch von meiner Webseite kostenlos herunterladen könnt. Ihr könnt natürlich auch euren eigenen Kalender jetzt hier benutzen. Also die Funktion, die ich verwende, die sollten eins zu eins eigentlich übertragbar sein. Ich zeige jetzt mal, wie ich das machen würde. Und zwar, was wir natürlich brauchen, um überhaupt erstmal die farbliche Markierung von Feiertagen hier hinzubekommen. Klar, wir brauchen erstmal Feiertage. Und ich mache das so, ich trage die jetzt einfach mal hier ein. Und zwar vergebe ich erstmal eine Überschrift, schreibe jetzt erstmal Feiertage. Und ja, wer das jetzt hier gerade nicht fett hat, der braucht erst die Zelle markieren. Und einmal auf das fette A hier zu klicken und dann ist die Überschrift schon mal dick. Ich werde hier ein paar Feiertage mal eintragen mit STRG-V. Die habe ich mir jetzt irgendwo runterkopiert. Und klar, ihr müsst natürlich schauen. Also ich übernehme da keine Garantie für die Feiertage hier. Und ja, und ich trage einfach mal zusätzlich noch einen Tag ein. Und zwar nehme ich einfach mal den 10.10. Ich schreibe da unten jetzt einfach mal 10.10.2017. Und die Jahreszahl ist natürlich unheimlich wichtig. Nicht, dass ihr einen Kalender jetzt hier habt, wo 2016 steht. Und ihr jetzt hier von 2017 alles einträgt. Dann seht ihr das hier natürlich nicht. Also wirklich darauf aufpassen. Also ich habe vorhin mal einen kleinen Test gemacht. Und habe mich gewundert, warum nichts angezeigt wird. Also schön darauf achten. 2017. Und hier muss natürlich auch 2017 stehen. Ihr könnt natürlich noch weitere Tage hinzufügen. Alle Tage, die jetzt hier stehen, werden farblich gleich hier zu sehen sein. Um das Ganze halt machen zu können, müssen wir natürlich den Bereich erstmal markieren. Das heißt, ich wähle jetzt hier von Zelle A4 das aus mit linker gedrückter Maustaste und ziehe das Ganze hier mal auf. Und bis wir hier unten sind, und zwar beim 31.12., also Zelle X34. Das heißt, wer jetzt einen eigenen Kalender hat, ohne diese Wochentage separat, ja, der hat vielleicht einen kleineren Bereich. Aber muss halt auch alles einmal markieren. Danach gehen wir auf Format und bedingte Formatierung. Und hier nehmen wir Bedingung. Wir haben ja bereits eine Bedingung hier drin. Und ihr seht, das hängt jetzt mit dem Wochenende zusammen. Wir haben ja hier das so gemacht, dass das Wochenende halt farblich markiert ist. Aber wir brauchen natürlich eine neue Bedingung. Und ja, das geht ganz einfach. Wir klicken hier auf Hinzufügen. Zack. Und schon haben wir hier ein weiteres Feld. Und hier müssen wir bei Bedingung 2, das ist ja die zweite Bedingung jetzt, statt Zellwert ist, einfach mal Formel ist eintragen. Was wir jetzt wollen, ist sozusagen jede Zelle, die hier ist, überprüfen, ob das Datum, was sozusagen dem entspricht, ja hier bei den Feiertagen vorkommt. Und das Ganze machen wir mit dem S-Verweis. Das heißt senkrechter Verweis. Und der kontrolliert sozusagen über einen Suchbegriff. Das ist sozusagen hier jeweils das Datum. Und ja, der Suchbegriff, der wird halt in einem Bereich gesucht. Und wenn er gefunden wird, gibt S-Verweis sozusagen eine 1 zurück oder war zurück. Ja, und damit kann die bedingte Formatierung natürlich was anfangen. Wenn das nicht in der Liste ist, dann gibt es eine 0 zurück sozusagen oder unwahr oder falsch halt. Und ja, dann ignoriert die bedingte Formatierung das und dann passiert halt nichts. Ihr wundert euch vielleicht, hier der Sonntag, ja, da steht ja gar kein Datum. Wie kann denn zum Beispiel hier die bedingte Formatierung damit was anfangen? Ja, das hängt damit zusammen, hier wo Sonntag steht, ist trotzdem komplett das Datum drin. Also das volle Datum. Aber wir ziehen uns nur den Wochentag sozusagen raus. Also im Hintergrund ist wirklich alles komplett drin. Auch hier, hier ist ja auch nur der 1.1. zu sehen. Aber wir ziehen uns ja auch nur den Tag und den Monat sozusagen raus über das Format. Aber intern ist natürlich auch hier die 2017 sozusagen drin. Und das wollte ich nur mal nebenbei sagen. Die Formel ist, wir machen das jetzt mit dem S-Verweis. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein und ich mache das mal ein bisschen höher. Dann kann ich unten die Formel nochmal groß gleich anzeigen lassen. Und zwar gleich S-Verweis. Ist egal, ob ihr das groß oder klein schreibt. Klammer auf. Und als erstes wird natürlich der Suchbegriff erwartet. Und der Suchbegriff ist, wenn wir hier einen Riesenbereich aufgezogen haben, die erste Zelle sozusagen, die wir markiert haben. Hier soll sozusagen angefangen werden. LibreOffice Kalk wird zwar jede Zelle benutzen, aber hier seht ihr ja noch den Rahmen. Das heißt, hier wird angefangen. Also muss hier jetzt auch stehen. Und zwar A4. Also diese Zelle, ihr seht A4. Das schreibe ich auch hier rein. Und A4 ist ein relativer Bezug, relative Koordinaten oder relativer Bezug, sodass sich das sozusagen automatisch der Zellposition jetzt anpasst. Also diese Formel, die wird sozusagen überall jetzt eingetragen. Und A4 wird dann hier unten zum Beispiel zu A5, hier unten zu A6 und so weiter. Das sind relative Bezüge. Wie gesagt, schaut euch das mal bei mir an hier mit relative und absolute Bezüge. Absolut wichtiges Thema. Ich gebe ein Semikolon ein und anschließend muss ich den Bereich angeben, der unsere Daten enthält, wo gesucht werden soll sozusagen. Das sind ja hier unsere Feiertage. Und ja, ganz einfach. Ihr seht, ich bin ja hier drin und ich kann jetzt hier zum Beispiel direkt händisch schreiben Z. Und ihr seht, das ist Z4 bis meinetwegen, ach nehmen wir mal ein bisschen mehr, damit wir hier unten noch ein paar Feiertage eintragen können. Nehmen wir mal meinetwegen bis Z30. Das Ganze müssen wir allerdings mit Dollarzeichen versehen, weil das soll sich nachher nicht entsprechend der Zellposition anpassen, sondern es soll hier wirklich fixiert werden, also regelrecht festgenagelt werden. Also geben wir ein Dollar, Z, Dollar und ich habe ja gesagt, das ist Z4, also Dollar 4. So, und da wir einen Bereich kennzeichnen, brauchen wir jetzt einen Doppelpunkt. Der zeigt nur an, dass wir jetzt einen Bereich eben auswählen wollen und zwar bis Z30, hatte ich ja gesagt. Also wieder Dollar, Z, Dollar, 30. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen, also 30, 50, das ist egal. Und je nachdem, wie viel ihr genommen habt, ja bis dahin könnt ihr natürlich auch nur Datumseinträge vornehmen und die werden dann halt alle hier gleich angezeigt. Ich gebe jetzt noch ein Semikolon ein und jetzt ist es natürlich so, der S-Verweis, der will ja nicht nur einen Suchbegriff und den Bereich sozusagen, wo gesucht werden soll, sondern er braucht sozusagen noch einen Rückgabewert und zwar ist das der Index. Und ja, da wir sowieso nur eine Spalte jetzt markiert haben, ja tragen wir auch eine 1 ein. Das heißt, das ist Index 1. Hätten wir jetzt den Bereich hier mit markiert, also mit den Namen der Feiertage, dann hätten wir zum Beispiel eine 2 eintragen können, nicht jetzt hier, aber eine 2 eintragen können, und dann wäre der Rückgabewert sozusagen hier der Name gewesen. Es wäre zwar nach dem Datum gesucht worden, aber als Rückgabewert gibt es dann sozusagen den Text. Ich gebe noch ein Semikolon ein und jetzt kommt der letzte Parameter und zwar hängt das damit zusammen, ob wir eine absolute Übereinstimmung haben wollen und die will ich, deswegen muss ich hier ein 0 eingeben und jetzt mache ich die Klammer zu und ja, jetzt könnten wir das schon abschicken, aber dann würde nicht viel passieren, denn wir brauchen ja noch die Farbe und das machen wir, indem wir hier sagen, vor Vorlage zuweisen, Ergebnis und da wählen wir uns einfach mal neue Vorlage aus und ihr seht, ihr könnt hier unheimlich viel einstellen. Ich will aber nur den Hintergrund, ich wähle mir hier das Registerblatt Hintergrund aus, wähle hier eine schöne knackige gelbe Farbe, klicke auf OK und klicke dann nochmal auf OK und zack, alle meine Feiertage werden markiert, auch der 10.10. hier. Ihr seht das, das sieht ein bisschen komisch aus, weil das alles noch markiert ist. Ich gehe mal kurz raus, indem ich hier reinklicke und ihr seht, 10.10. ist markiert, 1.5. ist hier auch irgendwo, hier unten, Tag der Arbeit, ganz richtig. Und ja, hier Ostern und so weiter. Also wie gesagt, überhaupt kein Problem und selbst wenn ich jetzt hier noch einen Tag dazu füge, also wie gesagt, ich kann das jetzt bis der Z30 machen, wer noch mehr braucht, muss dann halt noch einen höheren Wert nehmen und nehmen wir mal meinetwegen hier den 10.04. dann trage ich hier unten ein 10.04.2017. Wie gesagt, Jahreszahl auch ganz, ganz wichtig. Ich drücke Enter, zack und ihr seht, der 10.04. wurde ebenfalls mit markiert. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich eurer Tabelle selbst anpassen. Ich habe ja gezeigt, wie man das macht. Der AS-Verweis geht auf einen Suchbegriff, prüft das sozusagen in dieser Liste und die Liste, die muss natürlich auch entsprechend angegeben werden. Ihr habt ja gesehen, hier war das bei Z4 bis Z30, alles mit Dollarzeichen versehen. Wenn die bei euch woanders ist, müsst ihr das entsprechend halt von den Koordinaten oder von den Bezügen hier anpassen. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018